hey und herzlich willkommen hier zurück zu overlord direkt da wo das beschädigte turmherz ist ja wir müssen jetzt erstmal uns hier auf jeden fall ein bisschen koordinieren dann haben wir da noch mal fünf rein und ziehen da noch mal fünf raus so ja jetzt will er sich einschlagen hier so wir haben drei von den vier nestern schon zurückbekommen was natürlich schon super ist das vierte nest dafür müssen wir erstmal wieder hier weiter zurück 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 hier da wo wir halt eben schon waren zum roten nest standpunkt das rote nest war ja hier so nein 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 was 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 wir kümmern tötet dings blaue und den blauer holt mal den dinks wieder so dass wir wirklich wieder volle 35 land ja gut gott sei dank so jetzt müssen wir nämlich hier weiter runter und hier unten warten ja auch schon die nächsten die da außen grab sich raus angeln wollen schön hier auch noch mal ein paar punkte damit wir auch genügend haben so jetzt müssen wir erst mal die roten vorschicken dass sie hier erst mal ein bisschen am rad drehen alter ist das schwer ich glaube ohne diese komplett lösung die ich im hintergrund auf habe wäre ich gar nicht richtig drauf gekommen wie wo weshalb also weil hier hinten haben wir dann die letzten so da sind viele gift pflanzen deswegen kommen wir da nicht lang und hier muss ich jetzt aufpassen weil wenn ich jetzt hier macht da war mir klar so ab transportieren transportiert ab kommt die anderen müssen wir jetzt erst mal helfen beim schützen der fracht dachte ich mir nämlich so ich glaube nämlich ja dachte ich mir ja stopp kommt her 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 das dachte ich mir nämlich hier blauen los transportiert weiter ab währenddessen muss ich nämlich hier ein bisschen die stellung halten wird's gut ihr kriegt's so damit haben wir auch das letzte nest bekommen welches dann hier vorne vor genau dem verräter platz ane hier vorne bei uns ok aber ich glaube bei das original ist dies portal genau so jetzt hatte ich einmal kurz um mich wieder einzulesen also bis gleich so da bin ich wieder und ich hole mir jetzt da ich jetzt ja auch grüne brauche setze ich ein paar von denen obwohl vielleicht vor allem schön dass er mich vielleicht verlässt vermisst so da brauche ich auf jeden fall ein paar von ich glaube die blauen da werde ich glaube ich mal ein paar zurück hauen damit ich da noch mal ein paar grüne mehr holen kann so zack 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 ok weil jetzt kommt der endkampf ja du mich auch so jetzt müssen wir nämlich hier und dann hier einmal kurz hier ach nee gar nicht wahr gar nicht wahr warte mal da wo das wasser portal war das war ja hier ja stimmt ja es gibt ja hier noch die naja da hinten und dann noch weiter war glaube ich noch 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 links ach daneben lebt ja noch einer auf ihn ok ok kommt 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 genau hier weiter rüber so viel ich weiß genau und jetzt war hier der linke und hier wartet er nämlich schon auf uns in dem sinne macht mal hier ein bisschen was weg nicht dass wir hier unsere nervigen netten freunde hier na glaubt ihr doch selber nicht dass ihr unsere meine so ihr macht mal hier die pflanzen weg ich mache nämlich diese pflanzen nicht ich schätze mal dahinter steht da deswegen werde ich mal hier los braun 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 ich schätze mal gelb steht für dings für eine gelbe aura weil hier wird er gleich auch einfach mal alle schon mal hier der rückweg den rückweg schon mal sichern immer safen wenn wir nämlich gleich auch brauchen so 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 damit haben wir schon mal den rückweg bisschen gesaved also geholt sagen wir es mal so grüne er der dritte 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 okay soja sehr klar nicht so weit hier ist diese kohle die er meint die im dings stand okay die guten wollen immer helden sein sie sind so berechenbar genau wie hier welche aura zaubert er um sich grüner los grün 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 oh oh Gönnt ihr noch ein Spatferkel, Wilfried, ohne zwei? Du bist jetzt ein Held. Komm, 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 komm. Hier hinten. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit dir durchbrennen wollt, sagt ich es keinem. Nein. Scheiße. So. Zurück, zurück, zurück. Ha, 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 ha. Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen Rumpf. Ach, man. Nicht schön, wenn einem das genommen wird, was man liebt, nicht wahr kann. Ohne Vernunft bleibt nur noch Wahnsinn. Goldo, du kannst so viel Gold haben, wie du willst, mein Freund. Einem Helden verweigert man nicht. Gönn dir noch ein Spanferkel, Wilfried, oder zwei. Du bist jetzt ein Held. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit dir durchbrennen wollt, sag... Diese Schule hat alles, aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Ruht euch aus, Oberon. Helden brauchen. Uh oh. Nein, 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 f*** dich. Du kannst so viel Gold haben, wie du wächst, mein Freund. Los, 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 los. Verweigert man nicht. Nein, könnt ihr da nicht. Gönnt ihr noch ein paar Ferkel, Willbring oder zwei? Du bist jetzt ein Held. Ha, 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 ha. Ich glaube, sie mag bei euch, Wurst Ferdinand. Wenn ihr mich hier durchbrennen wollt, sagt es keine. Oh, natürlich. Nein. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehört. Ja, stimmt. Na, 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 na. Schön, wenn einem das genommen wird, was man lebt, nicht kann. Ohne Vernunft bleibt nur noch wach. Scheiße, ich werde das nicht überleben. Goldo, du kannst so viel Gold haben, wie es mein Freund. Einem Helden verweigert man mich. Nicht dein Ernst. Und ich glaube, jetzt war es das für mich. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit ihr durchbrennen wollt, sag ich es keinem. Scheiße. Gut. 1, 2, 3, 4. Ha, 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 ha. Hört euch aus, Oberon. Bill, rauch. Was, was, was. Alter, nein, 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 ich will nicht sterben. Nein. Ah. Aha. Okay. Puh. Zurück zum Turm. Alter. Das ist echt hart. Dieser Kampf ist echt hart. Ja, fick dich. Äh. Wie kann das sein? Warum? Sag jetzt nicht, dass ich ernsthaft jetzt alles nochmal machen muss. Nee, die Portale habe ich alle noch. Gott sei Dank. Huh. Ihr seht, ist ein echt scheiß. Fight. Das ist echt ein beschissener Fight. Ihr wart ein guter Overlord. Vielleicht vermisse ich euch. Oah. Juck, juck, juck. Jetzt juckt das gerade. Ihr wart viel länger Overlord als du. Ach. Ja, ja, du mich auch. Ach. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass diese Abkürzung da noch da ist. Weil dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, weil... Hat es Spaß gemacht, eure alten Freunde zu töten? Ups. Wisst ihr nicht mehr, wie sie euch zurückgelassen haben. Der Turm erinnert sich. Er hat ihr Wimmern aufgesogen. Ihr hört ihr hört. Hört ihr sie? Ist er tot? So einen Sturz kann doch niemand überleben. Ja, sorry, das ist... Aber auf der F12-Taste ist... Er kämpfte mit uns. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Nein, wir gehen. Wir nehmen, was wir können und hauen ab. Er hat recht. Wir haben das Böse besiegt. Der Rest ist sein Verdienst. Lasst ihn. Dann hatten euch die Scherben. Heilten euch. Bereiteten euch auf meine Nachfolger vor. Vorüber gehen. So. Runde 2. Sie sind so berechenbar. Genau wie ihr. Dann wollen wir mal... Ich glaube mit braun fängt er an. Ne, mit grün. Okay, schnell hin. Wirklich. So. Zack, zack. Los. Ah, meine roten sind. Ich glaube, sie mag euch, Fürst Ferdinand. Wenn ihr mit dir durchbrennen wollt, sag ich es keinem. Los. Ab die... Diese Jule hat alles. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. Nein. Ach, glaub ich... Ne, gut. Nicht schön. Wenn er das genau wird, was man sieht. Nein. Nicht wahr kann. Ohne Vernunft. Bleibt nur noch wahr. Ihr kümmert euch um die. Während... Ihr... Los, 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 los. Gönn dir noch ein Spatferkel, Wilfried. Oder zwei. Du bist jetzt ein Held. Hahaha. Los, 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 los. Welchen nimmst du? Grün. Los. Auf ihn. Sag. Ich glaube, ich war euch, Fürst Ferdinand. Nein. 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 Diese Jule hat alles. Aber sie wollte das haben, was anderen Leuten gehörte. So. Heute wird es mal eine längere Folge. Einfach, weil wir schnell mal hier den... Äh... Fertig machen wollen. Na? Wo bist du? Ah, nee. Jetzt kommt die... Jetzt kommt die... Die Scheiße. Äh... Wieder. Los. Los, 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 los. Gah! Los, vernichtet sie alle. So. So. Los, 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 los. 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 Ja, scheiße. Nein, 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 er trifft mich. Ach. Was ist das Problem bei dem Wichser? Na? Welches nimmst du jetzt? Welches... Welche Aura? Die... Ne, ne, stopp, stopp, stopp. Das ist die braune. Zack, zack, zack. Die rote Aura. Schnell, 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 schnell. Ja, schnell. Ja, schnell. Boah, ganz knapp, da noch welche erwischt. Das Problem ist, er wird jetzt Grüne machen. Geschätzt. Geschätzt wird er jetzt Grün machen. Natürlich wird er jetzt Grün machen. Na. Ihr kümmert euch um den. So, zurück. Ja, er rennt wieder rum. Er fliegt wieder. Haha, er überrollt seine eigenen Schergen. Los. Nein. Na wen... Welchen nimmst du jetzt? Ja. Ich schätze mal... Nee, das ist der... Oder? Nee, nee, das ist Dings. Alter, Alter, Alter. Ja. Ja. Genau. Geh. Fuck. Stopp. Und so besiegte der böse Oberlord den anderen bösen Oberlord. Und das Land jubelte. Hahaha. Das Böse wurde ein Teil des Lebens. Hm. Hm 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 hm. Da. 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 Seine Schergen vermehrten sich vielfach. Die Leute begegneten dem Anführer mit Erkunft. Ja. Und damit haben wir es geschafft. Wir sind der ultimative Oberlord. Naja. Okay. Verderbtheit 23%. Ne? Na was jetzt? Doch das Böse findet immer einen Weg. Hm 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 hm. Ja. Es war mir klar. Es war mir klar. Der Hof nah. Ja. Und da kommen auch die Credits. Ja. Äh. Ein geiles Spiel. Muss ich zugeben. Hier und da ein bisschen tricky. Ähm. Ich weiß ein bisschen. Sehr lange die Folge heute. Allerdings ist das ja auch das Finale von Overlord. Und äh. Ob ich den zweiten Teil. Anzocke. Weiß ich noch nicht. Beziehungsweise. Ich glaub da gibt es jetzt auch schon. So einen dritten Teil. Wo er. Wo es dann in die Hölle geht. Äh. Bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Zumindest. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das Projekt. Als nächstes. Kommt natürlich. Nächste Woche. Mein. Portal 2. Coop. Ähm. Mit einem werten Herrn. Vom Gamer TS. Alias. Äh. Mit dem Namen. Base Driver. Ja. Echt. 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 Ähm. Ziemlich. 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 Hartes Game. Sag ich mal. Wenn man es jetzt. Nicht wirklich. In und auswendig kennt. Ähm. Ein. Zwei Sachen waren richtig tricky. Erst recht die Kämpfe gegen Kahn. Gegen. Ähm. Ja. Gegen diesen ganzen. Die ganzen Schlangen. Die Wüstenschlange. Die Schlange unten im. Äh. Äh. Ne. Kanal. Kanalisation von. Äh. Himmelsspitze. Und. Irgendwo hatten wir noch eine. Schlange. Ich weiß. Ah ja. Die eine Schlange. Da wo wir das. Äh. Wo wir hier die. Blauen Schergen her haben. Natürlich. Äh. Das blaue Schergennest. Natürlich. War der. War es mir irgendwie. Schon die ganze Zeit klar. Dass der Bosskampf. Irgendwie im Turm stattfinden wird. Dass er so tricky wird. War mir. Äh. Am Anfang nicht ganz klar. Ich hab's ja. Deswegen stand's auch nicht mit blind. Ich hab's ja ein bisschen mit dem Let's Play. Verfolgt. Von der lieben Honeyball. Aber. Nicht alles. Also da. Hab ich dann. Nach irgendeiner bestimmten Folge. immer mal. Reingeguckt. Und so. Ja. Dazu gesagt. Ich hatte nebenbei. Was ich in einigen Folgen. Unter anderem auch dieser Folge. Natürlich. Ähm. Natürlich erwähnt hatte. Ähm. Natürlich auch. Die. Ja. Ein bisschen. Hilfe. Per Internet. Sag ich mal. Ich hatte eine Komplettlösung. Im Hintergrund offen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm. Das lag aber auch daran. Weil wirklich. Gerade so. Und. So die Kämpfe. Gegen den bösen Overlord. Und so. Ziemlich tricky waren. Und. Äh. Ich da erstmal wieder in diese. Technik rein musste. Ähm. Ähm. ihn von hinten. In den Rücken springen. In den Rücken springen. Und Schaden drücken. Äh. Nervig fand ich natürlich auch die. Äh. Komischen fliegenden Augen da. Äh. Die. Die. Sind ziemlich nervig gewesen. Äh. 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 hin und wieder. Ich meine mal. Wir haben Rauschingen. Äh. Äh. Ein paar Verräter. Hingerichtet. Wir haben. Äh. Ein ganzes. Volk. Nämlich das Elfenvolk. Äh. Die. Der Ausrottung. Gebracht. Weil wir die letzten Weiblichen. Natürlich. Ich. Äh. Sterben ließen. Wir haben. Ziemlich viele Zwergen. Umgenietet. Ja. Und. Ein paar Einhörner. Ja. Und dann. Mit. Verabschiede ich mich. Für heute. Ich hoffe. Es hat euch gefallen. Ich hoffe. Ihr schaltet auch. Das nächste Projekt. Nämlich. Portal 2 an. Ein. Was ab. Montag. Los geht. Und. Müsste. Ab Montag. Ja. Müsste. Die fünfte Folge. In dieser Woche sein. Wenn es. Wenn es am Freitag. Diese Folge. Am Freitag. Kommt. Dann. Portal. Zwei. Ja. Schaltet da unbedingt mal rein. Weil. Äh. Gerade im Koop Modus. Macht der. Macht Portal 2. Äh. Ziemlich viel Spaß. Und. Ist witzig geworden. Also. Tschüss. Ciao. Euer Levas. Rossi. Doug離fre器. Words B Miranda. Was haten versucht. Alles Zwei paden muss. Ich bin사�rav bin.